Die radikal-islamistischen Taliban würden einen Besuch von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel in Afghanistan begrüßen. Angela Merkel würde besonders herzlich aufgenommen werden. Wir würden uns wirklich sehr über sie freuen, sagt ein Vertreter der Taliban, Zabiullah Mujahid, dem Boulevardplatz Bild. Wir wollen eine voll und ganz sichere Umgebung hier in Afghanistan, das von allen Ländern der Welt akzeptiert wird und an das die Staats- und Regierungschefs glauben. Die Taliban haben sich nach UN-Eingaben verpflichtet, für die Sicherheit von humanitären Helfern in Afghanistan zu sorgen. Die Islamisten hätten in Gesprächen zugesichert, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen sich im Land frei und sicher bewegen könnten. Nach der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban ist Afghanistan nach Einschätzungen der UNO von einer humanitären Katastrophe bedroht. Afghanistan war bereits zuvor in hohem Maße von humanitären Hilfen abhängig. Rund 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werde aus dem Ausland finanziert. Von den 38 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen Afghanistans sind nach UN-Eingaben 18 Millionen Menschen akut von einer humanitären Katastrophe bedroht. Angesichts einer drohenden Katastrophe in Afghanistan hat der Nothilfe-Koordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffith, zuvor die Taliban-Führung in Kabul getroffen. Laut UN sprach Griffith am Sonntag mit dem Taliban-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar, der nach der Machtübernahme der militanten Islamisten als möglicher künftiger Regierungschef des Landes gehandelt wird. In Afghanistan flammt unterdessen der Widerstand gegen die Taliban auf. Griffith bekräftigt den Willen der internationalen Gemeinschaften, Afghanistan mit Hilfsgütern zu versorgen. Zugleich habe der UN-Diplomat die Taliban dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen und Minderheiten zu achten. Die neue Führung in Kabul wiederum verspricht der UN zufolge, die Sicherheit aller humanitären Helfer, Männer wie Frauen, zu gewährleisten. Die Vereinten Nationen haben am Freitag eine hochrangige besetzte Hilfskonferenz für Afghanistan angekündigt. Das Treffen auf der Ministerebene soll am 13. September in Genf stattfinden. Fast die Hälfte der 38 Millionen Menschen in Afghanistan benötigen nach UN-Informationen Unterstützung. Jeder dritte Afghane wisse demnach nicht, woher seine nächste Mahlzeit kommen soll. Offensichtlich drangen die Taliban weiter in das Panjiatal vor. Die italienische Hilfsorganisation Emergency, die ein Krankenhaus und eine Geburtsstation im Tal betreiben, teilen mit, dass die Islamisten das Dorf Annabar, rund 30 Minuten von der Provinzhauptstadt Basarak, entfernt erreichen hätten. Die Islamisten erklärten am Sonntag, sechs der sieben Bezirke seien bereits unter ihrer Kontrolle. Vertreter der Widerstandskämpfer geben dagegen am Sonntag an, der Bezirk Pajang am Talende sei vollständig von Taliban-Kämpfern befreit worden. Am Eingang zum Tal seien Taliban nach der Sprengung eines Teils eines Berges eingekesselt. Rund 1000 Angreifer seien getötet oder gefangen genommen worden.